Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, der Gaming Spezialist. Wir bieten euch WoW Gold, CD Keys, Game Cards und vieles mehr. www.mmoga.de So, nun seid ihr hier richtig, wenn ihr zum Disziplin-Teil des Guides wolltet. Wie immer, die Informationen auf Holi klicken, dann kommt ihr ins Holi-Video. Und natürlich, Schatten geht zu Schatten und oben geht zu Übersicht. Und ja, ich will euch gar nicht lange aufhalten, denn Cleary hat hier eine ganze Menge vorbereitet. Dein Part, Cleary. Ja, hallo. Willkommen auch nochmal von mir. Ich werde euch hier im Guide den Disziplin-Priestern ein bisschen näher vorstellen. Zuallererst werde ich auf die Talente eingehen, die ein bisschen erläutern und zeigen, was da so Neues gibt. Als nächstes dann die Klüven-Wahl mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und zu guter Letzt sehen wir dann auch noch den Disziplin-Priester ein bisschen in Aktion. In zwei Hero-Endbossen bzw. Bossen. Ja, also Blizzard möchte ja ein wenig von dem Schild-Spammenden Disziplin-Priester im Raid weggehen. Ja, die neuen Talente, die man bekommen hat, gehen seelisch in die Richtung, wenn wir einfach mal schauen, wie es sich so ergibt, ob Blizzard das gelungen ist. Wir sind jetzt ja gerade noch meinen kleinen Pre-Mate ein bisschen am rumtanzen und dann möchte ich direkt auch schon auf die Mastery-Boni eingehen. Wenn man sich für den Disziplin-Baum entscheidet, bekommt man als erstes den neuen Spell Sühne. Zusätzlich läuft 50% durch Willenskraft basierter meiner Regeneration im Kampf weiter. Man bekommt 15% mehr Int und als Mastery-Talent erhöht jeder Punkt Mastery das Potenzial eurer gesamten Schilde. Ja, wenn wir jetzt mal in den Disziplin-Baum springen, sehen wir die Talentverteilung. Da sind wir als allererstes zur Verbesserung der Macht wird Schild, nehmen wir natürlich als Disziplin-Priester mit. Genauso wie die Zwillingsdisziplin, die die verursachte Heilung nochmal erhöhen. Und natürlich die mentale Beweglichkeit, was einfach unsere Spontanzauber nochmal 10% günstiger macht. Dann sehen wir ein neues Talent, das jetzt dazugekommen ist. Das ist der Prediger. Viele wird sich vielleicht wundern, Heilige Pein als Disziplin-Priester. Vielleicht nicht so üblich. Zusammen mit dem Talent bekommen wir das Talent Erzengel. Und das Talent Erbitte, da möchte ich jetzt gleich genauer drauf eingehen. Und zwar, wenn wir als Disziplin-Priester göttliche Pein wirken, der logischerweise dann einem Boss Schaden macht, wird mithilfe des Erbittestalents in den nähe befindlichen freundlichen Einheiten um den Betrag, der der Schaden verursacht wurde, geheilt. Das lässt sich unheimlich gut mit dem Erzengel und dem Prediger eben verbinden, indem man, wie man hier sieht, einfach seinen Stack aufbaut. Dadurch merkt man schon, dass das Hunter-Pad, das jetzt hier gerade steht, dann jeweils um den Wert geheilt wird. Der Vorteil natürlich, die Prediger-Stacks erhöhen den Schaden von der göttlichen Pein und verringern gleichzeitig die Mana-Kosten von eben diesem Spell. Was man dann natürlich noch zusätzlich macht, ist dann einfach seinen Erzengel dann benutzen, um einfach Mana zu recken und um seine Heilung einfach nochmal um 15% zu erhöhen. Ja, als nächstes Talent, den man noch mitnehmen könnte, wäre das innere Sanktum. Dadurch kann man Elite-Zauberschaden verringern. Die Seelenwehr ist natürlich auch ganz wichtig, 2% weniger Cooldown aufs Schild. Der innere Fokus, der immer noch im Disziplin-Baum ist, aber einen wesentlich kürzeren Cooldown hat. Natürlich die Seele der Macht, das gibt ja Mini-Heldentum oder Heldentum für Arme. Die erneute Hoffnung ist ebenfalls geblieben, erhöhte kritische Effekte für Blitzheilung und Heilung. Euphorie, da hat sich ein bisschen was geändert, und zwar regeneriert es nur noch eigenes Mana und er stellt nicht mehr Wut oder Hundenmacht her bei anderen Klassen. Zeitschinden ist auch noch da, allerdings nur noch mit 14% Zaubertempo. Und das reflektierende Schild, ganz klar ein PvP-Talent, ist auch noch da. Der Gedankengang ist ein Talent, mit dem man die Abklingzeit, das inneren Fokus reduzieren kann. Funktioniert so, jedes Mal, wenn man auf ein Ziel erfolgreich eine große Heilung gecastet hat, wird jedes Mal 5 Sekunden von der Abklingzeit abgezogen. Das macht den inneren Fokus, dessen generelle Abklingzeit ja auch schon stark reduziert wurde, auf 45 Sekunden, macht den einfach noch wichtiger für den Disziplin-Priester. Ja, als nächstes, die Schmerzunterdrückung hat sich auch nicht so weit geändert, immer noch genauso geblieben. Genauso wie die göttliche Aegis, das Schild, das die Leute bekommen, wenn man sie mit der kritischen Heilung geheilt hat, auch 30%. Ja, die Stärkung der Seele ist sowas ähnliches wie die Abhitte. Dadurch kann man mit seiner kleinen Heilung, in der Heilung, die Länge des Diebers, also der geschwächten Seele, auf dem Ziel jeweils verkürzen. Ja, bis letztendlich, bis auf Null, ganz praktisch sicherlich, dann, wenn man mit Tank Heal beschäftigt ist. Ja, als nächstes, der fokussierte Wille ist ein reines PvP-Talent, hat sich auch nicht wirklich was geändert, zu der jetzigen Situation. Barmherzigkeit, natürlich ein Pflichttalent für PvE sowie PvP-Priester, der nochmal die Heilung erhöht. Und zu guter Letztes, Ultimate, die Machtwort Barriere, natürlich. Wenn wir jetzt in den Heiligbaum gehen, sehen wir, dass jeweils drei Punkte in machtvolle Heilung. Einfach die Heilung von Blitzheilung, Heilung, verbindende Heilung und große Heilung um 15% nochmal erhöht. Sowie die Castzeit von, ja, heilige Pein, heiliges Feuer, Heilung und große Heilung um 0,5 Sekunden. Und zu guter Letzt natürlich die Inspiration, welche 10% weniger physischen Damage auf dem Target bedeutet. Wenn wir uns jetzt die Glyphen anschauen, gibt es ein paar Stellen, an denen man ein bisschen variieren kann. Andere wiederum sind absolute Pflichtglyphen. Angefangen also mit der Sühne-Glyphen ist sicherlich eine Pflichtglyphen. 2% weniger Cooldown nimmt man natürlich auf jeden Fall mit. Die Machtwort Schildglyphen ist die gleiche, die es jetzt momentan auch gibt. Nochmal 20% extra Heal des absolvierten Werts. Und als neue Glyphen macht dort Barriere. Alle, die sich innerhalb der Barriere befinden, erhalten nochmal 10% mehr Heilung. Als mittlere Glyphen kann man dann die Massenbannungsglyphen nehmen. Zum Beispiel einfach nur eine Sekunde weniger Castzeit. Man kann unter anderem, da hat man ein bisschen Spielraum, zum Beispiel die Schmerzunterdrückungsglyphen auch im PvE-Bereich mitnehmen. Und die einzige Pflichtglyphen in den mittleren ist eigentlich die göttliche Präzision, die eben 18% Hit auf heilige Pein bedeuten. Die kleinen Glyphen haben sich jetzt zur aktuellen Version auch nicht geändert. Nennt man Levitieren am besten, Schattengeist und das. Da ist die Seelenstärke, die verkürzten, verringerten Mannerkosten. Eventuell kann man Schattenschutz anstatt des Schattengeistes noch dazu nehmen. Aber, ja, sei jedem überlassen. Ja, dann springen wir direkt mal in eine Instanz mit dem Priester. Das große Problem, was der Disziplinpriester während der Beta-Testphase und auch während, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieses Videos hatte, war, dass er lange Zeit noch gar nicht fertig war und eigentlich noch nicht so wirklich funktioniert, wie er funktionieren soll. Also, das äußert sich halt unter anderem da drin, dass die Schilde einfach lang nicht den Teil absorbieren, den sie eigentlich absorbieren sollten und damit eigentlich fast komplett nutzlos geworden sind, weil sie einfach zu viel Manner kosten und dafür für das investierte Manner dann zu wenig Heilung bieten. Eben, daraus resultiert dann einfach auch, dass man Talente wie zum Beispiel diese Heilung über den göttlichen Pein meistens gar nicht benutzen kann, weil man auch einfach keinen wirklich starken Gruppenheal hat, außer sein Gebet der Heilung, das halt auch ziemlich viel Mana kostet und man das deswegen auch nicht unbedingt spammen kann. Wir sehen jetzt hier, dass wir hier also hauptsächlich dann mit POM beziehungsweise mit unserer kleinen Heilung, also der Heilung heilen und wenn jemand mal besonders viel Heilung braucht, dann eben eine Sühne beziehungsweise eine große Heilung dann reinhauen. Wie gesagt, ja, normalerweise würde man wesentlich öfters das Schild einbauen, aber dass es sich momentan einfach überhaupt nicht lohnt und jetzt sieht man zum Beispiel auch schön, dass der Schattengeist auch noch ein wenig, ja, gebackt ist, noch nicht so wirklich funktioniert, der sich dann nämlich einfach mal neben einstellt, was natürlich auch ziemlich ungeschickt ist. Ja. Glaubst du denn, dass generell, ja, dass sie es noch schaffen werden, das zum Release zu fixen, oder, ja, siehst du da wenig Chancen im Moment, dass es überhaupt brauchbar ist, also... Also ich denke doch, ich hoffe doch, dass es auf jeden Fall bis zum Release noch fixen, also wir sind ja jetzt noch vier Wochen, noch über vier Wochen Zeit und, ja, also ich hoffe doch, dass da noch ein paar Sachen ändern und anpassen, also... Wie gesagt, das ist eigentlich, das Hauptding ist einfach, dass zu dem Zeitpunkt einfach das mit den Schilden noch gar nicht wirklich funktioniert hatte und, ja, dadurch eigentlich ein Großteil der Mechanik einfach nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Also wir sind halt hier eben zum Beispiel ein Gebiet der Heilung oder so und das heilt halt einfach die Leute viel zu wenig und man hat als Disziplin-Priester da nicht die Möglichkeiten eines Holy Priests, da, äh, um die Leute mal eben schnell hoch zu heilen. Okay, ja, stimmt. Und die Schilder absorbieren nicht so richtig irgendwie, das war das, was ich gehört habe und eigentlich ist es im Moment nicht so wirklich brauchbar. Es ist natürlich schade, dass, äh, all jene Leute, die eben sehr, sehr gerne, ähm, Disziplin-Priester spielen, ja, das eigentlich nicht wirklich spielen können. Spielst du normalerweise auch lieber Disziplin oder, äh, ist Holy mehr so dein Bereich, wo wir ja noch zu kommen? Ähm, ich habe bis, äh, ICC-Bereich, habe ich hauptsächlich eigentlich Disziplin gespielt und dann so wieder ein bisschen die Freude am Holy Priester, äh, gefunden. Muss auch ehrlich gesagt sagen, dass mir momentan, äh, der Holy Priester einfach viel, viel mehr Spaß macht, einfach, äh, wegen dem, wegen diesem Chakra-Talent. Ja, jetzt gerade in Kataklysm, weil das eigentlich den Priester, der sowieso schon, äh, ja, eigentlich alles ziemlich gut kann, da einfach nochmal besser, äh, nochmal besser macht in den verschiedenen Richtungen. Also wenn man gerade ein bisschen Tank-Heal machen muss, dann, äh, hat man da sein Chakra-4. Wenn man hauptsächlich Raid-Heal machen muss, hat man da so ein Chakra-4. Und man kann es halt im 30-Sekunden-Takt einfach ändern. Und so, äh, deswegen finde ich der, der Holy Priester doch deutlich interessanter momentan. Okay. Ja, gut. Hast du sonst noch was zu sagen zum Disziplin-Priester im Allgemeinen? Oder war es das soweit? Ähm, ja, also ich hatte ja auch angekündigt, äh, Blizzard hatte ja versucht, ja, äh, ein bisschen wegzukommen von dem, äh, Schild-Spam-Den, äh, Priester, Diszi-Priester. Und, äh, ich glaube, so richtig gelingen wird es ihnen unter Umständen nicht, äh, wenn sie jetzt noch irgendwelche, ja, größeren Sachen nicht noch, noch einbauen. Okay. Ja, also ihr kennt das, äh, Prozedere mittlerweile. Wer gerne, ähm, den Holy-Teil sehen möchte, muss einfach hier auf Heilig oder Holy klicken. und, äh, ja, alle anderen natürlich ebenso, ne, Schatten auf Schatten und zurück zum Hauptvideo kommt ihr natürlich auch, wenn ihr einfach, äh, ja, oben auf die Leiste zurück zum Hauptvideo klickt. Ansonsten ins Priesterforum von ihrer e-Audi kann ich euch nur empfehlen oder natürlich auch auf venium.u in die Hauptsammlung des Guides, da sind alle Videos mit Skillungen hinterlegt und, ja, wir hoffen mal, dass das Ganze noch, ähm, gut endet für den Disziplin-Priester. Ja, dann, würde ich sagen, danke dir erstmal für diesen Disziplin-Guide, Clary, und, äh, ihr da draußen, wir hören uns wieder beim, ähm, ja, Holy-Guide oder eben natürlich auch beim Schatten-Shadow-Guide. Tschüss.